Gilt die Rentenerhöhung im Juli 2019 auch für die Hinterbliebenen-Rente oder Witwenrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, ausnahmslos gelten auch für die Hinterbliebenen-Renten, also die Witwenrenten und die Baisenrenten, die neuen Rentenanpassungen oder aktuellen Rentenanpassungen 2019, die am 1.7.2019 kommen werden. Wir haben ja gehört, dass die Bundesregierung die Rentenwertbestimmungsverordnung erst erlassen hat und jetzt, also im Juni wahrscheinlich, wird dann der Bundesrat nochmal darüber entscheiden und dann ist die Sache fix und dann wird es die Rentenerhöhung geben. Ganz wichtig auch für die Witwenrenten und die Hinterbliebenen-Renten mit der Rentenanpassung erhöht sich dann auch der sogenannte Freibetrag für die Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenen-Renten. Der erhöht sich praktisch im gleichen Maße, wie sich auch die Witwenrenten erhöhen. Und zwar mal nur so ein Beispiel. Beispiel für die Witwenrente haben wir dann im Freibetrag, der errechnet sich aus dem Faktor 26,4 mal aktuellen Rentenwert. Das ist der Freibetrag für das Einkommen zur Anrechnung auf die Hinterbliebenen-Rente. Näheres zum Thema Hinterbliebenen-Rente und Rentenanpassung 2019 können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel